Am 10. August des Jahres 2010 erklärte das Britannische Reich Japan den Krieg. Die größte Supermacht der Welt setzte dabei erstmals humanoide Panzerritter ein. Infolgedessen wurde ganz Japan überrannt und zu einer Kolonie des Britannischen Reiches. Es wurde seiner Freiheit, seiner Rechte und auch seines Namens beraubt. Fortan existierte Japan nur noch als Area 11 und die Japaner wurden somit zu den minderprivilegierten Eleven. Doch nicht alle Eleven oder vielmehr Japaner haben ihr Schicksal akzeptiert. Dementsprechend entstehen Gruppen, die zwar von der Regierung als Terroristen angesehen werden, doch tatsächlich für die Freiheit der Japaner kämpfen. Denn die Japaner haben sich noch nicht vollständig aufgegeben und das führt uns unweigerlich zu der Hauptfigur dieser Geschichte und damit zu der Geburt von Lelouch v Britannia. Geboren wurde Lelouch v Britannia als der elfte Prinz des heiligen Britannischen Reiches und war somit der Sohn des 98. Kaisers von Britannien. Gleichzeitig war er auch der 17. in der Thronfolge. Doch sein Leben sollte sich schlagartig mit der Ermordung seiner Mutter und der Lähmung seiner Schwester ändern. Nach diesem Anschlag konfrontierte er seinen Vater mit dem Vorwurf, dass er seine Mutter nicht beschützen konnte, in seiner Wut verzichtete er dann auf seinen Thronanspruch, anschließend wurde er nach Japan ins Exilverband und zu einem politischen Spielball. Seine nun gelähmte sowie blinde Schwester Neneli folgte ihm und so lernten sie Susaku Kurorogi kennen. Neneli erzählte Lelouch, dass man insofern man 1000 Origami-Kraniche faltet, man einen Wunsch erfüllt bekommt. Dann fragte sie ihn, ob auch er einen Wunsch hat, doch Lelouch möchte stattdessen ihren Wunsch hören und sie wünscht sich, dass die Welt eines Tages ein friedlicherer Ort wird. Lelouch entgegnet darauf, dass die Welt an dem Tag, wo Neneli ihr Augen nicht wiederbekommt, sicherlich friedlicher sein wird. Er verspricht es ihr sogar. Damit macht Lelouch sich zum obersten Ziel, für seine Schwester Neneli eine friedlichere Welt zu erschaffen. Gleichzeitig möchte er auch der Korruption des Königshauses auf die Spur gehen, denn er bezweifelt stark, dass Terroristen in den Kaiserpalast eindringen und seine Mutter einfach so töten konnten. Der Widerwille seines Vaters, dazu etwas zu sagen, bestärkte ihn zudem in dieser Vermutung. Und damit ebnete Lelouch den Weg für sein eigenes Ziel, für die Vernichtung von Britannia und dem Schaffen einer neuen und friedlicheren Welt. Auf der Gegenseite haben wir jedoch Susaku Kurorogi, denn auch Susaku möchte die Welt verändern. Dieses Ziel versucht er allerdings aus einem ganz anderen Winkel als Lelouch zu erreichen. Susaku hält nichts von Terror, denn dieser führt seiner Meinung nach nur zu unschuldigen Opfer. Infolgedessen versucht er Britannia von innen heraus zu einem besseren zu verändern. Und das bringt uns wiederum zu der Geburt von Zero, die dafür sorgt, dass Lelouch und Susaku unweigerlich zu Feinden werden. Die wahre Geburt von Zero ist der öffentliche Auftritt, in welchem er Susaku befreit und sich öffentlich als Mörder von Prinz Clovis bekennt. Damit wird er zu einem Symbol des Widerstandes für Japan. Doch Susakus anderer Meinung, er will wie bereits erklärt Britannia von innen heraus verändern. Doch es geht noch weiter. Nicht nur will er Britannia von innen heraus verändern, er verabscheut gleichzeitig auch die Methoden, die Zero, spricht Lelouch, anwendet. Einen Sieg zu erreichen, bei dem der Zweck die Mittel heiligt, bedeutet gar nichts. Und hier sehen wir, wie zwei vollkommen unterschiedliche Meinungen und vor allem Wege aufeinandertreffen. Beide haben im Endeffekt dasselbe Ziel, doch könnten die Wege, wie sie es erreichen wollen, nicht unterschiedlicher sein. Und das wirklich Interessante dabei ist, dass Lelouch zunächst einmal nicht weiß, dass Susaku der Lancelot-Pilot und Susaku nicht weiß, dass Lelouch Zero ist. Die perfekte Grundlage für einen späteren Konflikt. Beide kämpfen also gegeneinander, aber für dasselbe Ziel. Und diese anfängliche Feindseligkeit, auch wenn nicht bewusst, gegen wen diese gerichtet ist, wird später noch sehr wichtig. Denn es geht um die Grundsätze, die da aufeinandertreffen und die den Weg für das Finale sowie für die Lösung ebnen. Als Zero tut Lelouch viel Gutes für die Unterdrückten, doch immer mit dem Hintergedanken, Britannia zu vernichten und eine friedlichere Welt zu erschaffen. Gleichzeitig ist er gegen den Terrorismus und will stattdessen eher als Ritter der Gerechtigkeit, als Freiheitskämpfer gesehen werden. Und das sind die Schwarzen Ritter, von der Figur Zero repräsentierte Freiheitskämpfer, die Ritter der Gerechtigkeit. Sie befreien Geiseln, retten unschuldige Zivilisten, rächen sich für Massenmord an Unschuldigen und entfachen das Feuer nach dem Wunsch der Freiheit in der Bevölkerung. Sie zeigen, dass es möglich ist, gegen Britannia zu kämpfen. Lelouch und seine Schwarzen Ritter waren zwar nie eine wirklich zu 100% gute Organisation, im Gegenteil, sie hatten sicherlich viele Fehler, aber im Großen und Ganzen hat die Figur Zero sich mit der Zeit als ein Symbol etabliert. Doch schon im Kampf um Narita sagt Ogi etwas sehr Wichtiges und Entscheidendes. Menschen sind keine Spielfiguren und ich hoffe, dass Zero es genauso sieht. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann hätte er auch uns nur als Spielfiguren benutzt. Damals hat Ogi nicht daran geglaubt, jedoch wussten wir Zuschauer bereits mehr. Doch auch für Ogi und den Rest der Schwarzen Ritter sollte diese Frage nicht offen bleiben. Zunächst einmal, weil Lelouch sich selbst nicht sicher. Auf der einen Seite hat er die Menschen wie Schachfiguren benutzt, auf der anderen hingegen hatte er Skrupel. Er konnte gewisse Menschen nicht einfach benutzen, hat an seinen eigenen Taten gezweifelt und diese teilweise sogar verurteilt. Doch er konnte und wollte keinen Rückzieher mehr machen. In seiner und auch in Susakus Charakterentwicklung gibt es jedoch einen Schlüsselmoment, an dem sich alles verändern sollte. Zunächst einmal war die Existenzberechtigung hinter der Figur Zero gefährdet. Doch was sich daraus ergeben sollte, hat alles verändert. Euphemia hat Lelouch so weit gebracht, dass er ernsthaft mit ihr zusammenarbeiten wollte. Er war bereit, seine ursprünglichen Pläne über Bord zu werfen. Doch dann verlor er die Kontrolle über sein Gieß und Euphemia begann daraufhin das Massaker an den Japanern. Diese Szene sollte Lelouch für immer verändern. Mit einer Träne in den Augen musste Lelouch Profit aus der Situation schlagen, denn seine andere Option ist durch diesen ungewollten Befehl verwelkt. Nicht nur seine andere Option, nein, zum ersten Mal ist er für den Tod einer geliebten Person verantwortlich und das hinterlässt tiefe Spuren. Nicht nur bei ihm, nein, auch in der Gesellschaft, denn nun wird Zero endgültig zu einem Symbol der Japaner. Für sie ist er nicht der Schuldige, ganz im Gegenteil, er beendet das Massaker und tötet die vermeintlich Verantwortliche. Anschließend gründet er eine neue Nation, die Vereinten Nationen von Japan. Ein Land, das jeden Menschen willkommen heißen soll und damit legt er bereits einen Grundstein für das Finale. In den Augen der Bevölkerung kämpft er für ein freies Japan und so wurde Zero zu einem Symbol der Befreiung. Und jetzt müssen wir über ein Kapitel reden, in welchem Lelouch endgültig seine Menschlichkeit zu verlieren scheint. Und die Rede ist nicht von Zero, sondern von Lelouch wie Britannia. Nach dem Mord an Euphemia verblieben noch andere, wichtige Personen in seinem Leben. Doch niemand hatte den Stellenwert einer Neneli. Wie wichtig Neneli für Lelouch ist, sehen wir bereits im Season 1 Ende. Er gibt seine persönliche Schlacht auf und eilt stattdessen zur Rettung von Neneli. Durch diese Tat verlieren die meisten Schwarzen Ritter ihr Vertrauen in Zero und nicht nur das. Nein, Cullen und Suzaku erfahren endlich, wer hinter der Maske steckt. Und an diesem Punkt ist der wahre Dämon in Lelouch erwacht. Die falsche Maske ist sozusagen gefallen und Lelouch ist nun bereit, die Bühne der Welt zu betreten. Nicht als Freiheitskämpfer, sondern als Mann, der die komplette Weltherrschaft an sich reißen will. Doch bis er sich der Welt wirklich zeigt, vergeht nochmal ein bisschen Zeit. Denn Lelouch wurde zunächst einmal durch seine Vergangenheit besiegt. Anschließend wurde Lelouchs Gedächtnis überschrieben. Doch als es dann wieder zurückkam, fasste er den entscheidenden Entschluss. Die Welt wird sich verändern, ich werde sie verändern. Ich bin Zero, ich bin derjenige, der diese Welt zerstören wird und derjenige, der eine neue, bessere Welt erschaffen wird. Das Besondere an dieser Aussage ist, dass Lelouchs sie als Mann ohne die Maske trifft. In diesem Fall ist er kein Unterdrücker, aber auch nicht der Freiheitskämpfer Zero. Er ist beides, doch gleichzeitig nichts von beidem. Diese Tatsache ist die entscheidende Variable für das Ende der Serie Code Geese. Lelouch ist ein Mann, der scheinbar immer nur gelogen hat. Doch dieses Schicksal muss er tragen, bis er sein Ziel, das Schaffen einer neuen Welt, erreicht. Er lügt so sehr, dass er selbst nicht mehr weiß, was war und was gelogen ist. Es gibt nur eine Wahrheit, die er nie vergessen wird. Seinen Traum, eine neue, friedlichere Welt für Nellie zu erschaffen. Und hier gibt es einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte. Nämlich den, als seine eigenen Lügen ihn beinahe getötet hätten. In seinem Gespräch mit Susaku gibt er ihm die Antworten, die Susaku selbst hören will. Susaku wollte hören, dass Lelouch seine Taten aus Egoismus begangen hat und somit tat er ihm den Gefallen. Und hier wird auch wieder die Geschichte um Euphemia wichtig. Denn Lelouch hat sie nicht bewusst zum Massaker verleitet. Das wissen wir. Und das ist somit unsere Bestätigung, dass Lelouch Susaku in dieser Szene anlügt. Doch diese Lügen erreichen auch die Schwarzen Ritter. Sie erfahren von seinem Gieß, von seiner wahren Identität. Das Vertrauen in den Mann hinter der Maske zerfällt in tausend Teile und verwandelt sich in schieren Hass. Es ist jedoch genauso wie Diethard sagt. Die Öffentlichkeit weiß nicht, wer hinter der Maske steckt. Sie wissen nicht, dass Lelouch wie Britannia der Mann hinter der Maske ist. Für sie bleibt Zero ein Symbol. Auch wenn er tot geglaubt wird, so bleibt er doch der Mann, der Wunder bewirken kann. Und auch die Schwarzen Ritter existieren weiter. Und das bringt uns zu der Machtergreifung von Lelouch wie Britannia. Er hat Charles getötet und erklärt der Welt nun, dass er der 99. Kaiser Britannias sei. Diese Machtergreifung klappt durch sein Gieß auch einwandfrei. Im folgenden krempelt Lelouch ganz Britannia um und zerstört sogar das vorherrschende Adelssystem. Er ist somit der einzige mit einem Adelstitel. Zunächst einmal macht ihn dieser Schritt in der Bevölkerung sympathisch. Nur um dann durch das Ausnutzen seiner Macht, um mit einem Schlupfloch die Demokratie zu übernehmen und damit zum Diktator zu werden. Als er dann auch noch Schneize besiegt, gibt es niemanden mehr, der ihm diese Position nehmen kann. Damit wird Lelouch zum alleinigen Weltherrscher. Somit zerstört er alle Sympathie für ihn und wird zu einer Person, die von der ganzen Welt gehasst wird. Selbst das Euphemia-Massaker rückt in die Vergessenheit, durch den Hass, den Lelouch in den Menschen ausgelöst hat. Und das bringt uns zu dem Ende aller Versprechen. Dem Ende der Serie Code Geese. Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen. Und zwar erneut zu dem Punkt, als Lelouch Neneli nach ihrem Wunsch gefragt hat. Sie wünschte sich eine friedlichere Welt und Lelouch versprach ihr diese Welt, wenn sie eines Tages ihre Augen wieder öffnet. Als es dann soweit war, war es jedoch das genaue Gegenteil. Lelouch wurde zum Diktator und nicht einmal mehr Neneli konnte ihren Lelouch unterstützen. Ja, ihre gesamte Welt ist in diesem Moment zusammengebrochen. Bis zuletzt hatte sie Hoffnung in sich. Doch als Lelouch bemerkt, dass seine Ziele nicht mit den ihren kollidieren, hat er sein Geese angewandt, um eine friedlichere Welt zu erschaffen. Das alles aber unter dem Deckmantel des grausamen Diktators. Diese Enttäuschung auf Seiten der Nenelis ist eine sehr wichtige Facette im Ende der Serie. Denn Neneli war immer die wichtigste Person in Lelouchs Leben und umgekehrt. Als er ihr dann den Rücken gekehrt hat, war er endgültig bereit und zeigt sein Wachstum. Und das bringt uns dann zum Ende der Serie, dem Zero Requiem. Die Widerstandskämpfer sollten hingerichtet werden und damit konnte Lelouch selbst dem letzten Menschen einbläuen, dass er sie nur unterdrückt. Selbst ein Rival bezeichnet Lelouchs Herrschaft als eine Unterdrückerherrschaft und das, obwohl sie langjährige Freunde waren. Lelouch versammelt den ganzen Hass der Menschheit auf seinen eigenen Schultern. Suzaku gilt als tot, im Kampf gefallen. Doch wir wissen bereits mehr, denn Suzaku kann nicht so einfach sterben. Das Geese verhindert es. Und dann geschieht es. Der Mann, der Wunder bewirken kann, taucht auf. Zero. Endlich können Lelouch und Suzaku ihren Traum, einer friedlicheren Welt, erreichen. Und dafür muss Suzaku zum Mann unter der Maske werden. Er muss zu Zero werden. Er muss ein Symbol werden und wiederum das Symbol der Unterdrückung, Lelouch wie Britannia, töten. Das ist an der Stelle so genial, weil Suzaku und Lelouch von Anfang an dasselbe Ziel angestrebt haben. Jedoch haben sie fast bis zum Schluss dieses Ziel auf unterschiedlichen Wegen verfolgt. Doch beide konnten es alleine nicht schaffen. Erst als Suzaku für sich zu dem Entschluss kam, dass das Ziel manchmal doch über dem Weg steht, schließen die beiden sich zusammen. Und nur zusammen konnten sie ihr gemeinsames Ziel erreichen. Es ist, wie Lelouch sagt, er selbst hat ein Gieß auf sich genommen, und zwar die Wünsche der Menschen. Nicht die Vergangenheit wie Charles, nicht die Gegenwart wie Schneize. Nein, er erschafft für die Menschen eine Zukunft, auch wenn er selbst kein Teil dieser Zukunft sein kann. Also nimmt Suzaku die Maske an und tötet seinen Freund Lelouch wie Britannia. Und nur zusammen konnten sie das Zero Requiem erschaffen. Sie haben die nie endende Kette des Hasses zerstört. Bereits im Vorhinein hat Lelouch als Zero ein gerechteres Konzept erschaffen. Dann als Kaiser Lelouch wie Britannia hat er das Adelssystem zerstört und somit können die Menschen selbst daran arbeiten, eine bessere Welt zu erschaffen. Keine Welt, die stagniert, sondern eine, die sich stetig weiterentwickelt. Eine Welt, die auch eine Zukunft hat. Und das Schöne ist, dass auch seine alten Freunde im Augenblick seines Todes seine wahren Absichten verstehen. Nicht zuletzt natürlich auch Neneli, die ihren Bruder letztlich doch nicht hassen, sondern gar lieben kann. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, doch letztlich kann sie doch mit ihren eigenen Augen eine friedlichere Welt erleben. Ich zerstöre die Welt und erschaffe eine neue, friedlichere Welt. Das sind Lelouchs letzte Worte und dann stirbt er. Die Menschen stürmen auf die Straße und die neue, friedlichere Welt kann beginnen. Auch die bitterlichen Tränen von Neneli um ihren Bruder machen dieses Ende umso schöner, aber auch tragischer. Ganz nach dem Motto, ohne Opfer kann es keinen Fortschritt geben. Zero wird zum Helden, der die Welt vor dem Unterdrücker Lelouch wie Britannia befreit hat. Doch die Welt wird niemals erfahren, dass in Wahrheit Lelouch selbst hinter diesem Plan steckte. Daraufhin bekommen wir einen Zeitsprung und Cullen erzählt, wie sich die Welt verändert hat. Wir als Zuschauer sehen also, dass Lelouch seinen Traum verwirklichen konnte. Nicht nur das, dazu sehen wir auch noch einmal wichtige Charaktere, die im Laufe der Geschichte tragische Schicksale erlitten haben. Doch nun können auch sie glücklich sein und in die Zukunft blicken. Sie können die noch vorhandenen Probleme am Schopfe packen und daran arbeiten. Genau das ist es, was sich Lelouch für die Welt und die Menschen gewünscht hat. Eine Zukunft. Und jetzt wird es Zeit, über den sogenannten Doppelten Boden zu sprechen, der das ohnehin schon sehr, sehr gute Ende abrundet und zu einem perfekten Ende macht. Denn ich habe bewusst die ein oder andere Szene in meiner bisherigen Ausführung offengelassen. Lelouch erfuhr die Wahrheit im Schwert von Akasha, dem Ort von dem aus, um mit dem Charles die Götter töten wollte. Cece offenbart ihm seinen Traum und zwar wünscht sie sich, endlich sterben zu können. Denn Cece ist durch den sogenannten Code unsterblich geworden. Um einen Code-Nutzer zu töten, gibt es nur eine Option. Und zwar benötigt man ein stärkeres Gieß als der Code-Nutzer selbst. Tötet man den Code-Nutzer dann, so übergeht der Code auf den Mörder. Allem Anschein nach ist es dann so, dass man einmal sterben muss und daraufhin die Kraft seines Gieß verliert und fortan unsterblich ist. So schien es zumindest bei König Charles und auch bei Cece. Aber zu 100% können wir nicht sagen, dass es so ist, was den Doppelten Boden überhaupt erst so spannend und möglich macht. Ursprünglich wollte Cece, dass Lelouch diese Rolle des Gieß-Nutzers übernimmt und sie somit tötet. Doch im letzten Moment hat sie sich dagegen entschieden und überlebt. Sie wollte Lelouch dieses verfluchte Schicksal nicht aufbürden. Also sollte Charles diese Rolle übernehmen. Doch abermals entschied sie sich dagegen. Und der Grund war offensichtlich erneut Lelouch. Denn auch wenn es nie eindeutig gesagt wurde, lieben die beiden sich einander. Oder haben zumindest vergleichbar innige Gefühle zueinander. Dafür gibt es einige Hinweise, doch im Endeffekt wissen wir auch das nicht zu 100%. Und das macht dieses Mysterium überhaupt erst so genial. Auch Lelouchs Worte in dem Moment, als er dachte, Cece würde sterben, waren eigentlich eindeutig. Aber die entscheidenden Worte hat er nicht ausgesprochen. Und auch Cece ging es ähnlich. Während sie ihre Erinnerung versiegelt hat, hat sie permanent in ihrer Welt darüber nachgedacht. Und der Grund, warum die beiden die gegenseitige Liebe nicht verstehen, ist folgender. Cece's Gees hat dafür gesorgt, dass alle Menschen sie lieben. Dadurch ist für sie mit der fortlaufenden Zeit die Bedeutung hinter der Liebe immer weiter verschwommen. Und auch Lelouch konnte seine wahren Gefühle noch nie richtig zur Schau stellen. Dafür hätte er nämlich sein wahres Ich zeigen müssen. Doch das wird einem Menschen, der immer nur gelogen hat, nun mal nicht so einfach. Seine letzten Worte an den Nelly kamen zum Beispiel vom wahren Lelouch. Doch das war eben der Moment, wo die wahre Maske gefallen ist. Und diese Maske, so wie das Gees, sind der Grund, warum sowohl Cece als auch Lelouch diese Liebe immer nur unterbewusst wahrgenommen haben. Cece hat also ihren Code behalten und ist damit nach wie vor unsterblich. Als König Charles, Marianne, Susaku, Cece und Lelouch dann erneut in der Ragnarok-Verbindung aufeinander trafen, schien alles aussichtslos. Denn Charles war ein Code-Nutzer und diese können bekanntlich nur von einem stärkeren Gees-Nutzer getötet werden. Und auch Lelouch war zunächst nicht stark genug. Doch dann sollte sich alles ändern. Nämlich als Lelouch die Gedanken der Menschen verstanden hat. Dadurch konnte er in seinem zweiten Auge ein Gees manifestieren, was benötigt wird, um einen Code-Nutzer zu töten. Durch dieses war er dann in der Lage, Charles aufzuhalten und zu ermorden. Und wer einen Code-Nutzer tötet, erhält nun mal den Code. Anschließend konnte Lelouch sein Gees nach wie vor nutzen. Und das lag wohl daran, dass er noch nicht gestorben ist. Denn erst wenn man einmal stirbt, dann verliert man die Kraft seines Gees. So schien es zumindest bei Charles und Cece. Und das bringt uns dann endgültig zum Ende der Serie. In der Kirche weint Cece um Lelouch. Aber warum würde sie das machen? Entweder weil sie Lelouchs Tod betrauert, oder aber weil sie das Schicksal kennt, was nun auf Lelouchs Schultern lastet. Im Austausch für sein Gees erwartet ihn nun dasselbe Schicksal, was einst auch ihr widerfahren ist. Was genau bedeutet das? Natürlich könnte Cece um Lelouch weinen, weil er stirbt. Aber für Cece ist der Tod nichts Trauriges. Im Gegenteil. Einst hat sie sich ihren eigenen Tod gewünscht. Wenn, dann würde sie weinen, weil sie Lelouch verliert. Sie würde zurückbleiben, aber ohne Lelouch. Doch wir sehen, sie weint für Lelouch und nicht ihretwegen. Also ist der Grund, warum sie weint ein anderer. Nämlich weil Lelouch dasselbe Schicksal trägt, wie sie es schon lange trägt. Das Schicksal der Unsterblichen. Etwas, was sie niemanden anderen wünscht. Und erst recht nicht dem Menschen, den sie liebt. Doch in der letzten Szene sehen wir, dass Cece nicht weint, sondern ganz im Gegenteil. Sie lacht und sie redet mit Lelouch. Ihr Blick in den Himmel ist da auch sehr geschickt gewählt, weil es sich somit nicht klar sagen lässt, ob sie nun mit Lelouch im Himmel oder mit Lelouch dem Kutscher redet. Aber warum ich davon ausgehe, dass Lelouch lebt und somit höchstwahrscheinlich der Kutscher ist, wird in dieser Szene noch einmal verstärkt. Das Geese, diese sogenannte Kraft der Könige, macht die Menschen wohl sehr einsam. Also ganz stimmt das dann doch nicht, oder? Was meinst du, mein Lelouch? Das sind Cece's Worte und damit endet die Serie Code Geese. Aber was haben diese Worte zu bedeuten und wie kann man sie deuten? Der Origami-Kranich steht für die Wünsche und in dieser Szene sehen wir einen neben Cece liegen. Am Ende geht dann sogar noch einmal der Fokus auf eben jenen Kranich. Doch hat sich Cece's Wunsch erfüllt? Ihr ursprünglicher Wunsch zu sterben hat sich offensichtlich nicht erfüllt. Diesen Wunsch hat sie spätestens dann aufgegeben, als sie zuließ, dass Lelouch in der Ragnarök-Verbindung König Schals tötet. Doch die Wahrheit ist, zu sterben war nie ihr wahrer Wunsch. Ihr wahrer Wunsch rührte von der wahren Liebe. Denn Cece hat sich immer gewünscht geliebt zu werden. Diese Antwort gibt uns alleine schon ihr Gies, was aussagt, dass sie geliebt wird. Doch diese Liebe wurde eben nur von der Kraft der Könige herbeigeführt. Als Cece also ihren Tod bekommt, wusste sie schon längst nicht mehr, was Liebe wirklich ist. Erst Lelouch konnte dieses Gefühl wiederherstellen. Denn wie schon gesagt, Cece und Lelouch lieben einander. Doch zunächst einmal waren sie beide sich dieser Liebe nur unbewusst bewusst. Erst als Lelouchs Maske gefallen ist, sprich im Anblick des Todes, konnten beide diese Gefühle akzeptieren. Zunächst hat Cece geweint, weil Lelouch ihr Geliebter, dasselbe Schicksal wie sie ereilt. Doch als es dann geschehen ist, sehen wir, Cece ist glücklich. Und das erklärt auch ihren letzten Satz. Menschen, die ein Gies besitzen, sind immer einsam. So wurde es uns die ganze Serie lang immer wieder suggeriert. Cece mit Gies wurde von allen geliebt. Doch diese Liebe war falsch. Also war Cece einsam, sie hatte nur die Nonne, doch auch diese hat sie betrogen. Rollo wurde immer benutzt, hatte dann Lelouch, doch auch diese hat ihn betrogen. Und es gibt noch mehr Beispiele, siehe Charles und Vitu. Lelouch lebte unter einer Maske und war demnach auch einsam, da er sein wahres Ich nie zeigen konnte. Nur Cece konnte er sein wahres Ich offenbaren. Doch auch Cece wollte ihn betrügen. Doch hier ist der entscheidende Faktor. Im Endeffekt hat sie es doch nicht getan. Und im Endeffekt macht die Kraft der Könige demnach nicht immer einsam. Denn nun sind Cece und Lelouch vereint. Lelouchs Maske ist mit dem Schaffen einer neuen, friedlicheren Welt gefallen. Und Cece's wahrer Wunsch kann sich endlich erfüllen. Endlich wird sie geliebt und kann jemanden lieben. Auch sie kann nun die neue Welt von Lelouch erleben. Zu guter Letzt gibt es noch ein weiteres Detail, welches ich beinahe übersehen habe. Denn das Ende zwischen Neneli und Lelouch wurde durch ein bestimmtes Ereignis bestimmt. Nämlich, dass Neneli Lelouchs Erinnerungen sehen konnte. Und diese Fähigkeit konnte nur von Code und nicht von Geese-Nutzern ausgelöst werden. Also erneut ein Beweis dafür, dass Lelouch ein Code-Nutzer und somit unsterblich ist. Und hier bei Cece und Lelouch passt dann auch das berühmte Sprichwort. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und bevor dieses Video endet, möchte ich noch einmal ein paar Worte an euch richten, die mir noch sehr wichtig sind. Ich habe bei diesem Video die ersten beiden Staffeln für sich genommen. Sprich, das Originalwerk so wie es ursprünglich war. Den anschließenden Film habe ich also komplett außen vor gelassen. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen und ihn mir bewusst nicht vor diesem Video noch angeguckt, damit ich meine Interpretation weitestgehend unvoreingenommen machen kann. Ich weiß zwar, dass Lelouch in diesem Film irgendwie wiederkommt. Ist bei dem Namen alleine ja auch kein Geheimnis. Ich habe sogar die Szene gesehen, wo Lelouch dann wiederkommt. Dennoch habe ich versucht, diesen Film komplett außer Acht zu lassen. Also mal abgesehen von dieser OST, die zu benutzen, das konnte ich mir nicht nehmen. Dafür klingt sie einfach so gut. Aber ihr wisst ja, wie das so mit Fortsetzungen manchmal ist. Deshalb wollte ich den Film nicht mit einbeziehen. Was auch wichtig ist, ist, dass ihr natürlich eine ganz andere Interpretation der Serie haben könnt. Das ist ja auch gerade das Schöne, dass Code Geass so viele Möglichkeiten zur Interpretation offen lässt. Gerne könnt ihr mir auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich denke, gerade bei einer Serie wie Code Geass ist das sehr interessant. Eben weil es so viele Möglichkeiten zur Interpretation gibt. Während ich Code Geass für dieses Video gerewatcht habe, sind mir auch noch mehr Themen eingefallen, über die ich ganz gerne mal reden möchte. Zum Beispiel die Charakterentwicklung von Nelush und Susaku. Nochmal genauer über die Beziehung zwischen Sissi und Nelush und viele weitere Themen. Ich wäre euch also über eine Bewertung auf das Video sehr dankbar, weil ihr mir dadurch auch zeigen könnt, ob ihr da genauso Lust drauf habt wie ich oder auch nicht. Und bevor ich es vergesse, ich weiß, dass man Geass nicht Geass, sondern Geass ausspricht. Und ich sehe die Kommentare schon vor mir. Doch wenn ich ehrlich bin, ich fühle Geass einfach mehr und deshalb spreche ich es auch so aus. Und sind wir mal ehrlich, vielen geht es sicherlich genauso. Und damit komme ich dann auch wirklich zum Ende. Viel mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer danke, dass du bis hierhin geguckt hast. Freut mich wirklich sehr. Hier geht es dann auch noch zu weiteren Videos von mir. Gerne könnt ihr den Kanal noch abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.